Single-Arm-Dumbbell-Bench-Press im Gate-Modus, heißt die Füße sind entsprechend des Gangbildes auf der Drückseite so versetzt, dass das Bein oder der Fuß auf der zu arbeiten Seite zurück und auf der Gegenseite vorangestellt ist. Hier 5 Sekunden betonen, 1, 2, 3, 4, 5 und explosiv auch hier raus. Druck über den dicken Zeh wieder in den Boden auf beiden Füßen, sodass der Energietransfer wie auf dem Feld auch da ist.